Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Wir fahren mit dem Teil. Mutige Gruppe. Ein Familienauto. Hehehe, soll ich gemeint sein? Ist Friendly Fire on? What the fuck? Hehehe. Will er jetzt die Waffe auf mich richten oder was? Hm. Ach komm, unauffällig ist langweilig. Ich schätze mal, das war es dann auch schon wieder mit unauffällig. Ja und jetzt wird der Familienwagen hier von einem Polizeihelikopter beschossen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Technische Musik. Eh beit好了. Das einfach ist eineuffällige Gesange. Das war. Das war die Waffe. Das war's denn echt? Ja. Wenn du oilstük tempted. Ist ja gut, ist ja gut. Das war schön. Was mir ein Heli am Arsch klebt, gefällt mir jetzt nicht so. Danke, weil er tut Platz. Vor allem macht er auch noch so schön Platz, danke. Polizei ist ja doch Freund und Helfer, wusste ich ja gar nicht, dass die auch freundlich sein können. Ah, das ist nur eine... Ah, schade. Aber hier kommen wir bestimmt auch zum Autohaus. Das war's. Also ist das. Da? Ha ha! vor allem der sieblicher straßenschild überfahre und den interessierte toll ja was soll man dazu noch sagen ich helfe dem welten jetzt keine sorge ja 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 ich will den piloten gut dann eben klar hey komm du hast zuerst geschossen na komm doch nur die schädeldecke die dir gleich schreckt doch noch ein bisschen spaß also ich muss sagen jetzt nervt mich der heli und geschafft 18k das gefällt mir das gefällt mir auch eine goldmedaille würde mir jetzt auch sehr gut gefallen naja gut man kann nicht immer alles haben ich sag dann mal tschüss bis zum nächsten mal mit